Heute um 19 Uhr war es soweit. Die neue Xbox namens Xbox One wurde offiziell angekündigt, gezeigt. Erstes Gameplay, die Fakten, was ist dran? Ich bin natürlich total aufgeregt. Die neue Konsole wird kommen, noch dieses Jahr. Steht fest, wir reden jetzt gleich über alles. Und auf meinem Kanal seid ihr natürlich genau richtig, was die neue Xbox angeht, denn es erwarten euch massig Videos zur neuen Xbox. Ich werde euch jetzt eine ganze Flut an Videos bieten die nächsten Tage. Und natürlich, wenn die Konsole dann schlussendlich rauskommt, gleich am ersten Tag. Das erste Gameplay, Tutorial, Guides, neue Spiele, alles wird gezeigt. Hier verpasst ihr gar nichts und wir legen auch sofort los. Hier sehen wir jetzt erstmal die Bilder der neuen Xbox. Und ja, sie sieht eben aus wie so ein bisschen... Ich denke mal, wenn die Playstation rauskommt, außer zwischen den Logos, unterscheiden sich die Konsole nicht großartig. Und ganz ehrlich, mir ist das Design vollkommen scheißegal, muss ich so mal sagen. Wichtig ist, was drinsteckt, was es für Spiele gibt und ob der Controller gut ist und gut in der Hand liegt. Und der Controller, ich mag den 360-Controller, ich finde es der perfekte Gaming-Controller. Und der neue sieht nochmal überarbeitet aus. 40 Verbesserungen allein, Detailverbesserungen soll der Controller haben. Wie viel davon spürbar sind, weiß man natürlich nicht. Aber ich finde, der sieht wieder sehr elegant aus. Aber viel wichtiger, es sieht wirklich sehr ergonomisch aus. Und ich denke mal, das Ding wird ordentlich rocken. Kinect ist jetzt integriert, sprich Bewegungssteuerung für alle, ob ihr wollt oder nicht. Sprich, das wird immer standardgemäß ausgeliefert. Ob es noch eine entschlackte Version geben wird ohne Kinect, wird sich zeigen. Ich denke mal nicht. Es hieß eigentlich, es kommt immer mit Kinect. Mal schauen, was da die Zukunft noch bringt. Und man hat natürlich all die zahlreichen Medellin-Möglichkeiten gesehen. Und die Rechenpower ist der Hammer. 8 GB Arbeitsspeicher auf Konsole, das ist schon immens. Und leider hat man nicht gesehen oder nichts dazu erfahren, wie ist die Auflösung. Da gab es keine Infos zu. Schade, also das hätte mich mal interessiert, wie weit das Ganze denn jetzt geht mit der Auflösung. Allerdings, Rechenpower steckt ordentlich drin. Dann hat man noch kurz hier gesehen, wie Steven Spielberg mal kurz mitgeteilt hat, dass er an einer Halo-Serie mitarbeitet als Produzent. Dann gab es natürlich wieder diese obligatorischen, tolle neuen Funktionen. Ja, was kann man alles zeitgleich machen. Und Fernsehen und Pipapo. Ehrlich gesagt ist mir das total Schnuppe. Mir geht es um die Spiele. Und hierzu sehen wir auch einiges oder haben einiges gesehen. Unter anderem Forza Motorsport 5. Ich bin jetzt nicht so ein Rennspiel-Fan, aber es sah natürlich mördergeil aus. Wie ihr hier nochmal seht, das sind doch schon echte Eyecatcher, was da auf uns zukommt. EA hat uns natürlich versorgt mit Sportspielen. Da kommt einiges. Ich freue mich persönlich auf FIFA 14. Die amerikanischen Sportarten sind mir relativ rille. Allerdings sieht das natürlich alles ziemlich gut aus. Aber das sieht jetzt doch noch ein bisschen gerendert aus. Ich weiß nicht, was da wirklich echtes Gameplay ist. Dann hat Remedy ein komplett neues Franchise angekündigt. Also die Macher von Max Payne und Alan Wake bringen ein neues Spiel. Und hier seht ihr den Trailer dazu. Ziemlich viel und nichts sagen. Zugleich irgendwie ist natürlich, würde ich mal sagen, gerenderte CGI-Effekt. Bombast, Kracher, Trailer sieht dick aus. Was es dann spielerisch wird, muss man abwarten. Aber das Remedy, was angekündigt hat, da freue ich mich schon drauf. Denn die machen keinen Mist. Das haben sie in der Vergangenheit bewiesen. Das wird definitiv eine coole Sache. Und natürlich, was gab es noch? Call of Duty Ghosts, das stand da schon vorher fest, dass das heute gezeigt wird. Und damit wurde sich auch lange beschäftigt. Wir haben viel Playtime hier bekommen. Und es wird wieder so sein, dass die DLCs vorher erst Xbox One-exklusiv sein werden. Also im Prinzip dasselbe wie jedes Jahr. Inzwischen hat sich das so schon eingebürgert. Aber extrem geil ist die neue Graphic Engine. Ich spreche schon amerikanisch. Das Ding sieht extremst geil aus. Ich habe tierisch Bock drauf. Das wird natürlich sofort geholt, sobald das Ding draußen ist. Und ja, ich werde mir das für alte und neue Konsole holen, um euch dann Vergleichs-Videos zu zeigen, wo der Unterschied jeweils liegt. Aber das sieht schon verdammt geil aus. Man hat auch ein bisschen was über den Multiplayer gehört, dass es mehr zerstörbare Umgebungen gibt und interaktive Möglichkeiten. Und zu Call of Duty Ghosts gibt es natürlich noch ein extra Video. Und wir sehen uns dann im nächsten Video zur Xbox One oder zu Call of Duty Ghosts. Kommt auch noch was. Bis dahin, haut rein! Und jetzt schreibt mir mal eure Meinung zur Xbox One, der Konsole, die alles Entertainment in einem Gerät vereinen soll, in die Meinungen, in die Kommentare. Das würde mich mal interessieren. Jetzt haut endgültig rein. Ja, ich bin jetzt schon mal. Ja, ich bin jetzt schon mal. Ja, ich bin jetzt schon mal.